Jährlich kommen in Deutschland mindestens 10.000 Kinder auf die Welt, die meist ein Leben lang darunter leiden, dass ihre Mütter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert haben. Darauf machen Experten anlässlich des Tages des alkoholgeschädigten Kindes am 9. September aufmerksam. Da Embryos zehnmal länger als die Mutter brauchen, um den Alkohol abzubauen, nimmt die Entwicklung ihres Gehirns Schaden. Diese Kinder sind später geistig beeinträchtigt und verhaltensauffällig. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mordler, warnt, kaum etwas kann dem ungeborenen Kind so große Schäden zufügen wie der Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Deshalb müsse in dieser Phase für jede werdende Mutter eine ganz klare 0,0-Promille-Grenze gelten. Die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heiderun Theiss, nennt es nicht nachvollziehbar, dass mehr als ein Viertel der Frauen selbst dann noch Alkohol trinken, wenn ihnen bekannt ist, dass sie schwanger sind. Eines der ungewöhnlichsten Bistros in Deutschland öffnet am 10. September seine Türen. Mit einem Gottesdienst startet der CVJM-Westbund sein Schwebebahnbistro. In drei ausrangierten und renovierten Waggons des weltberühmten Wuppertaler Wahrzeichens finden 36 Gäste Platz. Außerdem gibt es eine Außenterrasse. In dem Bistro sollen zwei Arbeitsplätze für junge Menschen mit Benachteiligung oder Behinderung entstehen. Die Waggons sind ein Geschenk der Wuppertaler Stadtwerke. Sie hatten alte Vehikel aus den 1970er Jahren ausgemustert. Die Bürger konnten bei einer Online-Abstimmung entscheiden, wer eine Bahn kostenlos bekommen sollte. Der CVJM erhielt die meisten Stimmen. Die Gesellschaft wird immer älter. Das wirkt sich auch auf die Kirchen aus. Sie stehen vor der Herausforderung, Menschen über 60 für den Gottesdienst und die Mitarbeit in den Gemeinden zu gewinnen. Dazu brauche es neue Ideen, so die methodistische Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki. Sehen Sie einen Kommentar von ihr, wie die Kirche für eine älter werdende Gesellschaft attraktiv bleiben kann. Auch in der Kirche ist es so, dass immer mehr Ältere da sind und dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kinder und Familien einfach so nachkommen. Und früher hat die Kirche Probleme gehabt damit, dass so viele Ältere da sind. Heute ändert sich das. Heute versuchen wir einen offenen Zugang dafür zu bekommen. Die Kirche über 60 soll positiv sein. Die Chancen, die Potenziale, die damit verbunden sind, die wollen wir nützen. Darauf möchten wir mehr Wert legen. Da wollen wir Menschen fördern und fordern, an dieser Stelle etwas in Angriff zu nehmen, positiv darauf zuzugehen und alles, was an Möglichkeiten da ist, auszuschöpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.